Reißt's die Straßen auf, der Lenz ist da, da schmeckt's wieder im Freien. Ah, und zum ersten Frühlingstrunk auch schon die ersten Frühlingsrättige. All das Zarte für den Magen und für das Herz. Gerade mittels in der Mittagspause und sogar am Abend noch, wenn's auch schon ein bisserl kühl wird. Ja, ja, jung sollte man sein und noch viele Frühlinge vor sich haben.